Wirklichkeit? Wenn das ein Ding geht, das ist ja kein Problem. Wir wollen prüfen, wenn es nicht klappt. Bein von Zirn. Was ist das, wenn der Kreuzgarlock geht? Das war gut. Wenden, 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 wenden. Was ist der Kreuzgarlock? Ich schnitze. Was immer passiert? Lass ihn, lass ihn, lass ihn, das ist kein Problem. Ich kann nicht mehr ran korrigieren. Wenn er nicht umspricht, gar nicht lange ran korrigieren. Es ist wichtig, dass du deinen Rhythmus hättest. Je mehr du versuchst, geht immer wieder...